Hey, ist alles okay bei dir? Wie geht's dir? Keine Ahnung. Es ist alles schwierig. Aber bald wird eh alles besser, wenn ich nicht mehr da bin. Das klingt aber gar nicht gut. Ist Suizid möglicherweise ein Thema für dich? Manchmal denke ich schon darüber nach. Look, nehmen Sie die Situation wahr. Achten Sie dabei auf Ihr Bauchgefühl. Eine Verhaltensänderung, die Kontaktfähigkeit der betroffenen Person und ob es eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung gibt. Listen. Zeigen Sie der Person, dass Sie für Sie da sind und hören Sie aktiv zu. Hast du dir schon mal überlegt, professionelle Unterstützung zu holen? Psychologische oder ärztliche Hilfe? Achten Sie dabei auf eine offene, zugewandte Körpersprache und stellen Sie Fragen bei Unklarheiten. In gewissen Situationen können uns manchmal die Worte fehlen. Aber auch ein stilles Beisammensein wirkt entlastend. Was würde aus deiner Sicht aus helfen? Fällt dir irgendwas an? Nein. Es hat sowieso keinen Sinn. Link. Holen Sie weitere Unterstützung. Ich kann das jetzt aber nicht so stehen lassen. Das können andere Vertrauenspersonen sein, aber auch Krisenhotlines oder Beratungsstellen können Sie beim weiteren Vorgehen unterstützen. Ich werde für dich jetzt mal den Rettungsdienst holen, ja. Und ich bleibe aber weiterhin bei dir und bin auch für dich da. Im Falle einer Gefährdungslage rufen Sie 144. Und ich bleibe bei dir und bin auch 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 bei dir